Geschichten aus Reisen Geschichte 1 Strafbar Es war noch eine halbe Stunde bis Hamburg. Da kam der Schaffner in das Abteil eines Zuges. Die Passagiere gaben ihm die Fahrkarten. Nur ein Herr suchte aufgeregt in allen Taschen seines Anzuges und seines Mantels, dann in seinem Koffer und in der Aktentasche. Endlich fand er seine Fahrkarte in der Brieftasche und rief, Ein Glück, dass ich sie gefunden habe. Ein anderer Reisender sagte darauf, Und ich, sehen Sie, bin schon mehr als zwanzig Mal ohne Fahrkarte nach Hamburg gefahren. Der Schaffner, der das hörte, schaute sich diesen Herrn genau an. Als der Herr in Hamburg ausstieg, kamen auf ihn zwei Polizisten zu. Stimmt es, dass sie schon mehr als zwanzig Mal ohne Fahrkarte nach Hamburg gefahren sind? Stimmt es, fragte der eine von den Polizisten. Jawohl, antwortete der Mann. Das ist doch strafbar. Wissen Sie das nicht? Fragte der Polizist weiter. Doch, sagte der Reisende. Mann, wie haben Sie das gemacht? Wollte der andere Polizist wissen. Ganz einfach, ich bin mit dem Auto gefahren, erklärte der Mann. Geschichte 2 Ein deutscher Tourist ging in Monreal in den Waschraum eines Restaurants, drehte den Hahn für kaltes Wasser auf und verbrannte sich an Heißem. Das ist doch unerhört, fuhr er den Wirt an. Weshalb sind die Hähne hier nicht richtig gekennzeichnet? Der Wirt erklärte seelenruhig. Sehen Sie, dieser Hahn hat ein C. Das heißt Schaut, das französische Wort für heiß. Das müssen Sie wissen, wenn Sie in Quebec reisen. Der Gast beschämt, aber dann machte er eine Entdeckung. Moment mal, auf dem anderen Hahn steht ja auch C. Was sagen Sie jetzt? Warum denn nicht? Sagte der Wirt. Das bedeutet cold, also kalt. Wir sind ein zweisprachiges Restaurant in einer zweisprachigen Stadt, mein Herr.